Hi Leute und willkommen zurück zu Lost Ember. Wir haben uns im letzten Part ein bisschen umgesehen, ein paar Änderungen geschnappt und so einen goldenen Amotito oder so einen ganz leuchtenden Inhalt gefunden. Ja, ansonsten haben wir uns noch ein bisschen verlaufen, würde ich schon fast sagen. Ich wollte irgendwie gucken, ob ich da hochkomme. Und hier sind wir ganz schön oft drunter gefallen. Mal gucken, ob ich da irgendwie hochkomme zu dem Gebäude. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Vielleicht ist das sogar richtig. Ich habe keine Ahnung. Erster Pustelblumen. So, ich weiß, ich wollte da umgucken. Aha, aber ich will mich auch dabei hier ein bisschen umsehen. Ne, hier ist nichts mehr. Schade. Dann war man nämlich schon im letzten Part. Aha, und da können wir uns jetzt unter durchgraben, oder? Ja, ich glaube schon. So, dann buddeln wir mal. Sehr gut. Ja, wir sind weitergekommen. Wow. Hätte ich mal gleich versuchen sollen. Was haben wir hier noch alles? Aha, wir haben jetzt versteckt. Kannst du mal langsam, mich hier ein bisschen umgucken. Ist doch bestimmt was versteckt, oder? Nicht? Wow. Schade. Utsa. Wir sollten wirklich ganz nach oben. Das hast du mir jetzt? Aha, das hätte ich mal lieber im letzten Part sagen sollen. Ah, 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 ah. Na ja, gut. Nichts verpassen hier. Zumindest nicht so viel. So, was haben wir hier? Wir brauchen nur eine Ruine. So, jetzt sind wir so gut wie oben, oder? Hm. Okay, nichts mehr da, oder? Oder, oder, oder? Nee. Okay. Nein! Oh mein Gott, ein Glück wird uns zurückgesetzt. Zwar ein bisschen zu oft, aber ein Glück. So, was haben wir hier? Oh, Gefängnisse. Oh. Ich finde es grausam, wilde Tiere in solchen Käfigen zu halten. Du warst wohl der gleichen Meinung. Quasi unsere Artgenossen. Oder wenn alle zu Wölfen. Das ist quasi... Alles irgendwie Volksstammesmitglieder waren. Wenn alle irgendwie zu Wölfen wurden und wir haben sie dann noch befreit. Kann das sein? Wirklich wär's. So. Okay, da sollen wir auf jeden Fall hin. Natürlich wären wir erstmal was anderes noch drücken können. Natürlich ist hier auch nichts. Oh, komm schon. Na gut. Da leuchtet noch was drücken wir erstmal hin. Ich möchte mich erstmal hier umsehen, bevor ich hier die Story weitermache. Aber sonst werde ich das bestimmt irgendwie verpassen. Irgendwie hinein. Auf der anderen Seite auch noch was. Ich weiß es nicht. Hopp. Was macht ihr da? Wenn euch jemand gesehen hätte. Das war unser heiliger Tempel. Tja. 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 Jetzt ist er nicht mehr so heilig. Wer ihn einfach für uns vorhand schlagt. Naja. Naja. Wer oder weniger. Die sind eingebrochen. So. Hier noch was. Sieht aus, als wenn ich hier... Schade. Ich dachte, die hätten hier was versteckt. Für fleißige Entdecker wie uns. Aber leider nein. So. Sonst ist ja auch nichts okay. Kann ich ganz normal da rein? Von hier komme ich jetzt aber nicht, ne? Ne. Ne, ne, hier waren wir nicht. Alles klar. Die Yawa Arena. Hier kämpften die Stärksten der Yanrana gegen wilde Bestien. Wenn sie überlebten, war es ihnen erlaubt, der Sinchi-Wache beizutreten. Oh, scheint eine Ehre zu sein. Ich sah die Kämpfe mit meinen eigenen Augen. Was für ein Spektakel. So, da ist noch ein Versteck. Ziemlich sichtbar. Aber egal. Medaille. Okay. Das ist hier gar nichts? Wow. Oh nein. Warte mal, kann ich mich ducken oder so was? Los, duck dich. Oh, Mist. Mist. Ich brauche irgendwas. Ich muss klein... Ah, aha. Klein werden, genau. Genau dich brauche ich jetzt. Bronzepreis. Aha. So niedlich wie die laufen. Ernsthaft. Voll cool. Wo kommen wir hin? Okay. Einmal nichts. Das war unser Allerheiligstes. Die goldene Sonne hinter dem Tempel des Lichts. Sie zeigt die natürliche Ordnung aller Dinge. Der Mensch, erhaben in den Himmeln über Tier und Natur, beugt sich allein vor seinem mächtigen Tempel. Ist es nicht überwältigend? Ich weiß noch, wie ich als Kind genau das in meinen Törpoi-Dolch eingravierte. Dieser Dolch war mein Ein und Alles. Ich frage mich, wer er war. Es tut mir leid, dass ich jetzt erstmal hier außen rumlaufe. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben hier was versteckt. Das ist eigentlich immer so. Immer. Immer. Außer im Lost-Emma. Okay. Wow. Toll. Sackgasse. Ich dachte, da können wir jetzt einmal drum herumlaufen. Nichts versteckt. Unglaublich. Gar nichts. Haben wir jetzt auf der anderen Seite irgendwas? Aufs. 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 Sieht nicht so aus. Alles klar, dann. Gehen wir hoch. Aufs. Aufs. Nein. Das tue ich uns jetzt nicht an. Oh. Schon recht groß, ne? Oh. Das stimmt sogar. So. Dann gucken wir. Was haben die hier getan? Ups. Nein. Nein. Unser Allerheiligstes. Jetzt ist er wütend. Du wurdest entdeckt. Das war vielleicht nicht die Glücksidee, aber... Das hat bestimmt einen Sinn gehabt, das Ding zu zerstören. Weißt du, was du getan hast? Dieser Ort war heilig. Das war... Hochverrat. Deswegen wurdest du aus der Stadt des Lichts verbannt. Kein Zweifel. Gut möglich. Wo soll ich jetzt hin? Ah, 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 ah. Warte mal was. Achava. Sie machte Kilotasi zu dem, was die Stadt damals gewesen ist. Der prachtvollsten Stadt in allen Landen. Sie baute diesen Tempel und sammelte Reichtümer und Schätze aus der ganzen Welt. Chantai. Sie war es, die alle Yanrana Stämme zu einem Volk vereinte. Verehrt von vielen, doch gefürchtet von den meisten. Gut, lass uns das mal alles an. Gucken keinen hier. Oh. 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 Außer einer schrecklichen Plage, welche die Hälfte aller Janrana dahin raffte. Diese vier waren die mächtigsten Herrscher, die es jemals gab. Ohne sie wäre nichts hiervon möglich gewesen. Hier ist auch nichts mehr. Mann. Dann gehen wir jetzt raus hier wieder oder wir müssen wirklich noch irgendwas untersuchen. Da geht's weiter, oder? Ja, das sieht gut aus. Ich will es ausprobieren. Schade, ich darf nicht. Moment. Ist da auch noch was? Ob ich hier schon mal ein bisschen umgucken kann? Nee. Die sind aber schnell, die Viecher, ey. Auch nichts. Okay. Wann versuch wert. Kann ich mal ein bisschen weiter fliegen, oder? So, was haben wir hier? Ich will verschwinden, Riesengebiet. Aber hier ist leider nichts. Okay, sonst war ich mal auf die Wand. Schade. Ah, guck mal. Darf ich hier? Ja, darf ich. So, gucken wir mal. Wann noch irgendwie was cooles finden. Ich weiß gerne, ob man dafür irgendwas kriegt. Für die ganzen Sachen. Zu mir leid, wenn man die ganze Zeit die Tastatur hört. Aber ich muss leider die ganze Zeit drücken. Sonst wird das hier nichts. Äh, nee. Schade. Ich dachte, ich wäre vielleicht irgendwas. Aber wie sind wir von da gekommen, ne? Bist du mal ein bisschen rechts? Wir gucken mal links, die Seite. Irgendwas cooles noch. Ja? Nein. So. Wir werden bestimmt noch irgendwas cooles finden. Hoffe ich zumindest. Ich meine, das Gebiet ist groß genug, dass wir hier noch was finden können. Also machen wir da mal gar keine Sorgen drüber. Frag jetzt nur, wie lange brauchen wir dafür? Ich glaube, da rechts war gerade was. Ja, ich gehe doch erstmal hin. Bevor ich jetzt zu weit wegfliege. Ist nichts. Aha. Die Pustelbümer haben mich verarscht. Scheiß Löwenzahn. So. Ah. Komm mal. Na. Was zum... Warum denn jetzt noch hier unten? Da oben landen? Toll. Ich spür mich verarscht. Okay. Wie komme ich da jetzt hoch? Hier rüber? Ich will meinen Vogel wieder haben. So. Irgendwann ist gar nichts. Toll. Gut gemacht, Spiel. Oh, warte mal. Ich möchte da durch. Oder nicht. Ich lasse das ja... Ah. Guck mal, wie wir da haben. So. Um jetzt nochmal richtig zu landen da. Oder kann ich das auch mit dir machen? Aber irgendwie aktivieren. Auf zum Palast. Das ginge, aber... Ist ein bisschen zu schnell. So. Dann gehen wir halt hier hin. Einmal raus. Danke. So. Dann halt so. Wo ist das Viech? Ist jetzt mal nicht... Ist weggeflogen. Ernsthaft? Oh, das kannst du nicht machen. Ich brauche es doch noch. Mist. Na gut, gehen wir zu Fuß weiter. Hier ist einfach gar nichts, ne? Nicht so richtig zumindest. Na ja, wir haben ein paar Sachen gefunden. Und die Ältesten gefunden, ne? Kann man so sagen. Oder die Stammesanführer. Wann, die Stammesanführer. Auf jeden Fall irgendwelche wichtigen Personen. Der Yanmara. Von daher. Alles cool. Wir sind gut. So. Da müssen wir hin. Boah, das ist auch riesig hier. Alter Schwede. So, da möchte ich eigentlich nicht hoch. Ich muss eigentlich runter. Hops. Hier zum Beispiel. Boah. Wow, ich wurde nicht gesettet. Nice. So, hier was. Nee. Ich werde, ich habe so einiges vergessen hier. Oder verpasst. Nur aufgrund, dass es hier so groß ist. Okay, da kann ich nicht mehr hin. Dann gehen wir doch hier durch. Hops. Hops. Hopp. Wow. Ist noch nicht sein Ernst jetzt. Ich darf nicht. Okay. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Schälen sieht das ja aus, ne? Der Weg fiel dann direkt da rein. Okay. Wir wenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.